In Geier ist der Wintersport noch heiß. Grund ist eine Ausstellung zum Jubiläum 100 Jahre Ski in Geier. Zu den Gästen am ersten Wochenende zählt der Hanna Hennig, Schwester von Langlauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig. Die Zwölfjährige interessiert sich für Wintersport und trainiert selbst beim SV Neudorf. Wie ihre große Schwester ist die Nachwuchslangläuferin in der Erfolgsspur und kann auf Siege verweisen. Zum Beispiel Deutsche Schüler Cup habe ich gewonnen und auch Sachsenmeisterin bin ich und ganz viele Sachen, also nein. Und Landesjugendspiele habe ich auch gewonnen und dann noch andere Rennen, die jetzt nicht so die Meisterschaften, sondern einfach einzelne Rennen. Die Sonderausstellung, die auch das Interesse von Hanna Hennig fand, ist in den Räumen eines ehemaligen Ladengeschäftes in der Ehrenfriedersdorfer Straße 3 aufgebaut. Geöffnet ist regulär immer sonntags zwischen 13 und 17 Uhr. Wir berichten noch im Detail. Wir berichten noch mal.